Oh, meine Leute, lass das jetzt direkt schon mal Onstream testen. Ich hab jetzt endlich meinen zweiten Greenscreen. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, letztes Mal, der Greenscreen war nicht krass, okay? Der war vielleicht ein bisschen klein. Jetzt hab ich größer gekauft, ich hab noch nicht ausgepackt. Ich muss gucken, ob der geil ist oder nicht. Greenscreen? Halt deine Fresse, ich hab ganz normal gesagt. Nenner Portal auf Greenscreen. Warte, ich try mal. Oh, falscher Filter. Halt den Maul. Warte. Ich hab eine geile Idee, warte. Digger, Pepino, Pepino, Junge, Pepinos haben einfach schwarz gewonnen. What the fuck? Ey, was denn? Mann, Digger, ist halt schwarz, was soll ich sagen? Okay, pass auf. Okay. What the hell? Digger, sorry. Alter, das sieht aber voll geil aus. Retalk. Ich find das übergeil. Digger, das funktioniert perfekt. Alter. Warte. Vielleicht krieg ich mehr Viewer jetzt, pass auf. Hallo, ich muss das komplett da reinbekommen eigentlich. Ja, die Qualle ist scheiße. Was soll ich machen? Digger, ich bin auch... Mann, ich muss halt... Ich muss halt jetzt hier sitzen. Motherfucker, gib 250 Euro für Dekos, aber... Warte mal. Digger, ich hab 270 Euro für Dekos ausgegeben. Ich hätte auch einfach Grease-Screen lösen können. Aber ist das das Gleiche? Warte. Fuck, Mann. Yo, bist du wach, Bro? Bist du wach? Digger, so eine Rotze, Alter. Hast du 278 Euro ausgegeben, um am Ende so auszusehen? Boah, kann ich doch irgendwas machen eigentlich? Hat irgendwer noch eine Idee, was ich in Grease-Screen reinballern kann? Chat? Nee. In der Abbot-Fahne gefangen. Ähm. Mann, Digger, wie groß ist das Bild bitte, hä? Oh! Oh, fuck! Oh! Ah, Digger, was war dahinter? Aua! Oh, Digger, ich hab voll vergessen, dass dieses... Alter! Ich hab voll vergessen, dass dieses Scheiß... Digger, da steht immer noch der verfickte... Wie heißt das? Das Laufband! Das steht ja immer noch da. Die Body-Vote war einfach nur ein Witz. Glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht, Jungs. Glaubt nicht alles. Das ist das, was ich euch sagen kann. Moin, Huber, ich werde gemobbt, wenn du 7 vs. Wild nicht schaffst. Was mach ich jetzt? Scheiße! Digger! Ah! 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 weil ich werde nicht mehr wäre nochmal immer interessant Mana fuck das Trigger Wallace geht immer wieder als Schneid scream scream ich lass das jetzt einfach so okay das alte was mich triggert ist diese pisshose dass meine hose ist das schon wieder am arsch Wieder? Ja, okay. Ich lass das für den Stream jetzt einfach so. Das sieht Pepino jetzt so aus. Was soll ich sagen? Warte. So. Dann ist das jetzt so. Ist doch egal. Oh, draußen ist Lava. Jemand hat sich immer bei der Wohnung Lava verschüttet. Oh mein Gott, halt die Fresse. Warte, warte. Das ist krass. Warte. Hallo, wo geht das nicht? Wie, wie, wie laden wir, wie laden wir nochmal, wie laden wir nochmal, wie, 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 alter. Wie, 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 wie lädt man nochmal YouTube-Videos runter? Meine, meine Strategie von damals klappt nicht mehr. Mami, Mami. Ich hab Premium, what the fuck, bin ich dumm? Hä? Ich kann mich einfach hier auf herunterladen. Ich hab Premium. Ich sag ehrlich, Subway Surfers auf Pepino wäre krass. Retalk. Es wäre auf Low-Key und es würde dich abfacken, glaube ich. Aber wir sehen es ja jetzt gleich. Ach, Digga. Wenn ich das herunterlade, habe ich das nur auf meinem YouTube-Account. Ich kann das nicht auf meinem PC runterladen. Ist das Arschritze, Alter. Bro, warum ist es so schwer, YouTube-Videos runterzuladen? Ich gehe gerade so durch die dritte Seite. Warum muss das so laut sein? Okay, hopp, 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 hopp. Warte. Bist ein geiler Streamer. Ey, danke schön, Bratan. Warte. Danke, Huber, für die letzten zwölf Monate. Wann kommt's er laut Stream? Wie ist dein Titel, Bro? Let's Huber Lachen. Das ist das Einzige, was geht, Jungs. Ah, warte, ihr hört die Musik. Jetzt. Jetzt nicht mehr. Bruder, welche Games willst du spielen? Digga, wie habe ich mobil geschrieben? Warum ändert das überhaupt keiner, hä? Hallo, Manns? Mobil? What the frick? That's crazy. Digga, was läuft da auf einmal? Hä, was ist das? Warum ist da ein Eisbär? Trashy, mobil, games, ads testen, automobil. Warte, das ist Woll. Nee, nee, wir testen diese. Ihr kennt doch alle diese. Okay, dazu muss ich sagen, es sind nicht. Also, ihr kennt ja alle diese Trashy-TikTok-Werbo. Spiele da. Ne, versteht ihr, was ich meine? Das testen wir, aber die, die man jetzt nicht so oft sieht. Wir können so auch eine Edition machen mit den ganzen, die man schon kennt. Mit diesem, keine Ahnung, man muss die ganze Zeit irgendwas schießen und dann sind da so mal zwei oder plus drei. Und man fuckt sich die ganze Zeit drüber ab, weil die so kacke sind alle. Das können wir auch mal machen. Nach Reaction, du bist auch da im Video. Oh, stimmt, ja. Jawohl, ja, lass das schauen. Tamam. Habe ich vergessen. Das hier ist doch... Oh mein Gott. Digga, schau mich Pepino an. Warte, wir müssen das fixen. Ich muss da jetzt auch sowas machen. Warte. So. Scheiße, das muss ja direkt... Ja, Bruder, Ritok, scheiß drauf. Mann, Digga, wir müssen das wegmachen. Das ist kacke. Das ist richtig scheiße. Aber es tut mir leid. Sorry. Nein, lass so. Nein, das... Ach, Digga, und jetzt ist... Ach, das ist ja mal. Das, ach, das ist ja mal. Das geht ja mal. Das ist ja mal. Das ist ja mal. Ach, das, das, das. Yippie. Wie normal das ist aussieht.